einen wunderschönen guten tag liebe barschalama herzlich willkommen zur kürzesten barschalama tv folge ever und zwar geht es heute einfach nur darum danke zu sagen danke für euer was soll ich sagen ist es vertrauen ist es zuneigung oder einfach nur für eure sympathie zu unserem kleinen kanal freut mich super super feedback und ich sage nicht nur danke ich verlose auch und zwar gibt es heute für alle die diese folge leiten abonniert haben sowieso das glöckchen gesetzt haben das häckchen bei der glocke und ein kommentar drunter schreiben nicht für alle sondern für acht von euch gibt es preise nämlich fünf große pakete decoy 100 euro kleinteile eine shimano route eine rolle und eine geile jasei mütze so das stelle ich euch jetzt noch mal näher vor ist es der hauptpreis es ist auf jeden fall ein geiler preis es ist die jasei jig und dropshot wurfgewicht drei bis zwölf 2 meter 5 lang super schöne aktion hier schöne steife rote zum barschangeln wunderbar auch ein geiler preis passt nicht an die route wird aber auch getrennt verlost eine wunderbare rolle zum zander fischen die neue stratic 4000 fl beziehungsweise stratic fl 4000 geiles ding super solide schöne rolle zum zander angeln wie bereits angedeutet die schöne jasei kappe die mag als trostpreis gelten denn was jetzt kommt ist auch super und zwar stellen wir euch also wir das heißt kamo teckel und ich stellen euch 5 100 euro pakete von decoy zusammen decoy eine super geile marke für den kleinteil sektor mega schöne haken mega geile wirbel und haufen kleines zeug er hier zum beispiel eine art chatterbait ohne skirt perfekt um am grund zu schicken die schlittenköpfe mit denen ihr die gummies ein bisschen ausbrechen lassen können fertig montierte chica ricks spinnerblätter zum tunen der gummies auch sehr geil diese wirbel hier mit einer offenen öse da könnt ihr euch dann selber die chica ricks zusammen friemeln so wie ihr es gern fischen wollt lauter schöne sachen super scharfe und vor allem leichte dropshot haken nicht zu vergessen auch dieser geile mini einhänger zum ultraleit angeln mega praktisch super stark einfach genial und ihn hier und diesen v snap den hier den müsst ihr auch auf der rechnung haben dass der stärkste wirbel ever da brauchen manche leute wirklich eine zange dazu um den aufzukriegen da ist so viel spannung drauf genial also wie gesagt wir stellen euch diese setzt zusammen ihr müsst nur liken abonnieren kommentieren glöckchen drücken weiter dabei sein ich bedanke mich bei euch bleibt uns gewogen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal tschüss 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 tschüss